Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke. Und heute ist Heiligabend, der 24.12. und damit auch der letzte Tag unseres Adventskalender-Gewinnspiels. Doch natürlich ist der Zug für euch noch nicht abgefahren. Noch bis zum 31.12. habt ihr Zeit, euch die Videos der letzten 14 Tage anzuschauen. Jedenfalls die tonusgemäßen Videos, nicht die TV-Mitschnitte, die wir auch auf diesem Kanal ausgespielt haben. Dort verbirgt sich manchmal nur sehr kurz eingeblendet immer ein Buchstabe. Also haltet die Augen offen, noch könnt ihr das Lösungswort, was aus 14 Buchstaben besteht und dem rechtlichen Bereich zuzuordnen ist. Aufklären bis zum 31.12. einsenden. Alle Gewinnspielbedingungen seht ihr hier nochmal im Video. Viel Spaß dabei, ihr habt bestimmt etwas Zeit über die Feiertage. Wer also nicht alles gesehen hat, kann das auf jeden Fall nachholen. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. Jetzt einmal wünsche ich euch eine besinnliche Weihnachtszeit, Frieden, den müssen wir uns jetzt mehr denn je wünschen, auch nach den Anschlägen von Berlin und euch natürlich tolle Geschenke. Toll, dass ihr meine YouTube-Follower seid und morgen gibt es hier schon das nächste Video. Danke fürs Zuschauen, einen schönen Abend, bis dann!